Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Fast bei der Hälfte der Schweizer Haushaltungen kommen drei bis vier Mal pro Woche Herdöpfel auf den Tisch. Das hat eine Umfrage bei der GOB Konsumentenschüre bestätigt. Bei weitem nicht alle Herdöpfel, die bei uns angebaut und geerntet werden, sind aber für den sofortigen Konsum bestimmt. Sorten wie die Epa lassen sich sehr gut lagern und zu den verschiedensten Fertigprodukten verarbeiten. Zwei Drittel von allen tiefgefühlten Herdöpfelprodukten, die wir essen, sind übrigens Pommes frites. Und von denen wiederum sind rund die Hälfte Backofen frites, für noch schnellere und einfachere Zubereitung. Jetzt aber genug Statistik und dafür viele Herdöpfel. Fast alle, die wir für die Goldstar-Tiefgefühlprodukte brauchen, werden mit der Bahn transportiert. Eine erste Qualitätskontrolle stellt sicher, dass die Herdöpfel keine Schäden oder Fäulung aufweisen und dass der Stärkegehalt stimmt. Dann geht's ab ins Lager, wo die Herdöpfel bei entsprechender Temperatur und Luftfeuchtigkeit so lange frisch bleiben, bis sie gebraucht und zu den verschiedenen Goldstar-Spezialitäten verarbeitet werden. Ähnlich wie in einer Bäckerei werden die Herdöpfel und die weiteren Zutaten zu einem Teig gemischt. Da nehmen die beliebten Bommes duchesses ihre Form an und kommen anschliessend in der Fritteuse auch gerade mal eine gesunde Farbe über. Tiefgekühlt bleiben diese Goldstar-Herdöpfel bis zu 12 Monate absolut frisch und sind jederzeit auf Abruf bereit. Das Rüsten und das Kochen kann man sich ersparen. Und als knusprige Beilage zu fast allem sind sie im Handumkehren auf dem Teller. Das neuste Kind in der Familie der Goldstar-Herdöpfel heisst Herdöpfelschnitz in der Schale, Western-Style. Nur wenige Wochen im Jahr werden die Herdöpfel verarbeitet. Im Herbst nämlich, nach dem Ernten auf den Schweizer Feldern, wenn die küsstige Schale, die man mitisst, noch ganz fein ist. Die Herdöpfelschnitz sind offenfertig vorfrittiert. In der Bratpfanne oder im Backofen sind sie innert wenigen Minuten zubereitet. Und auch zum Rezept von Armin Amrein passen sie wunderbar. Grüezi miteinander. Mein Vorschlag ist heute ein gefülltes Schweinsgotelett Papagallo mit Herdöpfelschnitz. Zuerst im Gotelett eine Tasche schneiden. Dann mit je einer Scheibe Schinken und Greyerzer oder Emmental erfüllen, was sie lieber möchten. Alles fest zusammendrücken und mit Salz und Pfeffer würzen. Jetzt das Gotelett im Mehl wenden. Verquirlzei ziehen und in verbrochene Grissini panieren. In Butterfett auf beiden Seiten 3-4 Minuten schön knusprig braun braten und schnell auf der Küche Papier abtropfen lassen. Die neuen Herdöpfelschnitz von Goldstar. Gemäss Anleitung im Ofen oder in einer Bratpfanne backen. Salzen und mit dem gefüllten Schweinsgotelett auch vorgewählte Teller anrichten. Das Rezept können Sie wie immer im Aktionsinserat, das in der Coop-Zeitung erscheint oder auf dem Internet lesen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt schon viel Vergnügen. Wohnen mit Top-Tipp heisst gut und günstig einrichten. Und was wir Ihnen heute zeigen, können Sie in der Regel gleich mitnehmen. Allergärte servieren wir Ihnen einen eleganten Tisch im Bucher Natur. Platten kann man auf 1,70 Meter ausziehen. Klein bleibt dabei nur noch den Preis von 490 Franken. Den gleichen Service dürfen Sie auch vom Modell mit der grünen Granitplatte für 1495 Franken erwarten. Und gut essen und sitzen lässt sich erst recht auf dem Stoffpolsterstuhl für 168 Franken. In allen Coop-Top-Tipp-Ausstellungen ist jetzt übrigens das trendige CD-Rack zum Preis von 29 Franken eingetroffen. Und nach dem Blick ins Esszimmer von Top-Tipp ist jetzt das Markenfenster an der Reihe. Mit zwei bekannten Produkten, die Sie sicher kennen. Das ist das Original. Das hat einen Geschmack. Das war dein und stell auf. Mars. Uns packt dich wieder. Für alle, die besonderen Wert auf Gesundheit legen, gibt es den natürlichen Spezialdrink. ActiFit Plus. Ausprobieren lohnt sich. Any ActiFit Plus, das Getränke mit den gesunden Eigenschaften, schmückt herrlich an Frischung. Stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte und aktiviert die natürliche Widerstandskraft. ActiFit im 6. Pack bei Coop. Mit Preisen, um fit zu werden, geht es jetzt gleich weiter. Mit einer Auswahl von Aktionen, die Sie morgen in unseren Läden antreffen. Süße Clementine aus Spanien im Netz kostet per Kilo 1,90. Und zwei Pakete Galahörnchen sind 1 Franken günstiger. Ein Coop Quick Nuss-Schinkchen gibt es für 23 Franken. Ausserdem offerieren wir Ihnen zwei Herrenhemper samt Krawatten für unglaubliche 39 Franken. Auch diese Woche haben wir einen Preisabschlag. Das Fox-Geschirrspülmittel kostet ab sofort nur 1,80. Und im Coop-Restaurant kann man sich stärken mit einer Bauernbratwurst mit Spätzli für 8 Franken. Das war's für heute. Alle, die schon jetzt an nichts anderes denken können, weder an Wunschzettel und schöne Spielsachen, sollten das Coop-Studio am nächsten Mittwoch nicht verpassen. Bis dann, auf Wiedersehen. Roadshow Internet 2 3 3